einen wunderschönen guten tag meine freunde willkommen zu einer weiteren folge nla was haben die zwei beim letzten mal gemacht zuerst haben sie einen armen gummer verprügelt danach haben sie mit einer kanone auf eine base geschossen und da gehen wir jetzt wieder rein viel spaß ich lasse es im tag chain noch drin das element können hier gleich erstmal direkt das bett noch weg machen was sind das miffy nix nix leider ich denke wir sollten die eule zuerst killen ja und danach die wyvern ich lösche einfach alles was hier oben steht aber die haben sehr viel weggeschafft die schweine feuer und feuer wasser feuer und feuer freifährt wunderschön wunderschön wunderschönen konnte er viel apg oder nicht hat die zeug oh lol sieben piller ja gut mein bloodstalker ist halt fast ohne ich hab halt den feiler bloodstalker der weight bloodstalker ist leider f ok jetzt wyvern ja warte mach hier alle wie viel oh lol wir können hier warte mal hier sind keine plant y drin weil die das nicht refreshed haben fixe jetzt mach ich die bete kaputt ich spritze hier einfach alles anzünden könnte es mal zwischendurch noch ein bisschen anzünden auch das sind ja alles schöne karnivoren ne ich kann die wyvern nicht anzünden na die treffe ich auch nicht ich mache jetzt erst mal die schweine hier aber irgendwie das gefühl es wird keiner kommen ich weiß nicht doch doch das ist safe on so he dead auf jeden fall der slot cap womit neulenscheiß ii rex auch gleich dead ist dead ich hab jetzt kein auto hafen sich gar nix hab ich ja sattel ja wow ja moment ich räum mal eben auf hier weg mit den fischers die scheiß beet hier weg junge und hier sind noch bieber fack das geht nicht das ist eine troppe kill na gut dann wird die halt erschossen oder willst du die abfackeln die kannst du nicht erschießen die buggt irgendwie keine ahnung öh ok cheater wyvern also hat vielleicht krass hä aber so gar nicht die nirgends ne hitbox vielleicht unter dem teleporter irgendwie das geht ja nicht die die haben die hier gehätscht oder ja ja dann gewachsen ja ekelhaft ja irgendwie kommt da niemand schade ich habe mir das anders vorgestellt ich verstehe immer noch nicht den sinn dieses teleporters to be honest poli wahrscheinlich vielleicht macht 112 damage das dauert ein bisschen ja lol ey da wyvern rechts von uns mit argi der hat gefarmt oder ey das sind parasaurus knall die wyvern ab hinterher ja klar der macht hier hidden loot suchen der drecksack ja macht der echt lol das ist so ein youtuber so ein solospieler das ist ein youtuber scheiße meine febi ist nicht nachgeladen kacke du flieg mit dem wyvern du kannst du was machen ich kann nichts machen ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich muss wie gesagt äh wenn ich ein tp hör geht ich hin und spreng den teleporter schnell nein meine wyvern verkauft mich gerade einfach hinterher nicht snipen einfach hinterher der hat weniger stamina als du der war die ganze in der luft der holt sich auch nicht den buff ich hole mir buff und bleibt näher dran er holt sich jetzt den buff schade ich dachte erst das wären anki und die wären da am dingens gewesen die wären gerade von farmtour gekommen der ist so dumm der holt sich echt nicht den buff ne ne macht er nicht ching chong base gone heißt der parasaurus heißt der ja ja der hat mich grad detektet oh dann sind das die spaßtis die reingechattet haben meinst du? er baitet dich jetzt zu seinem mate wahrscheinlich ja ja ich hab ihn aber gleich ich bin übel weit hinter euch uff ich bin in ihn reingebuckt annoying ah fucking hell ok wo bist du ungefähr jetzt hinter euch übel close ich bin ich kann ihn gleich hitten mit ich hater ihn mit auto attack ok ich hab ihn gerade fast gehabt aber dann bin ich hinter ihm gebracht er hat immer keine stun ja ja also ich bin schon bei hälfte stun der kann nicht mehr so viel haben ja der baitet uns jetzt halt zu seinem mate wahrscheinlich ne ist egal solang sein mate kein bloodstalker hat ist das easy win solang sein mate keine turrets hat glaub ich nicht Junge aber er ist trotzdem übel schnell ich hab voll probleme hinterher zu kommen ja ach komm als ob das kein pick war das ist richtig abfuck die flügel von dem drücken mich halt die ganze zeit weg obwohl ich einfach nur hinter ihm bin ich könnte versuchen mich an ihn zu grabben einfach und meine wyvern auf follow zu nehmen nein mach das nicht dann slammt er dich in den boden und fliegt da straight nach unten und kriegst übel Fallschaden da ist ein mate da zerfliegt einer mit parachute ok aber ich glaub nicht dass der ich ahne wer das war Junge wie viel stamina hat er denn bin close ich geb ihm jetzt noch ne Schelle im Flug jeet ok der muss bald landen er ist hier das Wasser ich chill naja ich hol mir jetzt auch nochmal n buff er verpiss dich ich hol mir jetzt n buff und dann wieder hinterher man das ist ja nicht sein ernst why are you running mate? wait wait wo ist er? der ist noch ne wyvern ja ist hier ist hier ist hier komm her wir geh nicht runter ich brauch Stamm ich brauch Stamm er lad ich bleib an den wyvern dran ich brauch Stamm ich hol mir ich shotgun die ich hab Stamm ich hab Stamm die wyvern gerade nicht das Problem wo ist die? die nicht gepickt man wyvern komm doch mal her ja oh oh blood wyvern macht gut damage alter er hiel dich mad bruce mad bruce ja mach ich auch ich pick die ganze Zeit den demorphodon digga das fuckt mich ab naja ich muss gerade auf meine wyvern drauf er ist gelandet wo? ich versuch ihn zu picken ok hol ihn dir hol ihn dir die crystal wyvern die ist über dir äh ja ich kanns vergessen wir können ja nicht fighten ich krieg die ganze Zeit krieg ich nur demorphodons gepickt die rumfliegen das ist übel abfakt ok dann lass posi wechseln ja bitte muss nicht ich kann auch ich shotgun ein bisschen ja ich müsste mal hä das bist du das bin ich moment ich muss grad gucken er ist abgehauen oder? ich weiß es nicht ne er kommt er kommt oder den runter zu picken ist aber auch anders schwierig er kommt er kann nicht nur picken er denkt dran musst du vor der blood aufpassen naja die hab ich gerade aus den augen verloren das ist das ding die ist äh weiter hinten die kommt die blood? ja ich seh sie ach Junge wie hat er mich denn da gepickt alter die blood greift mich an mhm die crystal ist bei mir hab ihn runter nice ich komme er brennt er brennt der perea ist er wieder aufgestiegen? ja er brennt aber alles gut ich chase die ich chase die blood wyvern kommst du mit der tropical kickler ja ja ich chase sie bis die out of stum ist die tropical ist gleich dead ok ja komm pick mich doch alter nachladen der kommt hoch zu dir die blood ich kann nichts machen dropp dich ich bin ich bin da gar nicht drauf ich bin da gar nicht drauf die ist abgehauen die sauer aber der war nicht mehr in hit range von meiner waffe die tropical ist übel im eimer ja ich weiß die verpissen sich jetzt die kleinen pussis kommen wir noch hinterher? die sind richtung vulkan straight nach oben richtung vulkan ja ich seh sie bin dran ich geh hinterher die wollen hier gleich landen glaube ich ich seh keinen bin hinterm vulkan einfach geradeaus richtung schneebiegen ok 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 seh ich immer noch nicht richtung blauer drop rechts vom vulkan rechts hinter dem vulkan da ist ein blauer drop ja die fliegt nach oben ok ich seh den drop ja oben kann ich übernehmen ja richtung blauer drop einfach straight nach oben ok 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 die eine ist weg das ist nur noch die blood solche junge die schreiben pussis in chat was das denn? peinlich imagine du callst du chattest rein und dann verkackst du und dann schreibst du pussy ok ok skyboarder ist keiner ja die sind abgehauen ah die fuck man die die tropical wyvern war ulow ich hab die richtig auseinander genommen mit der scheiß pump gun aber das war weird also der war halt ultra low und dann hab ich auf febi geswitcht und wollte den auf range finishen aber es hat kein einziger schuss hat connected obwohl der noch nicht aus render distance war noch lange nicht also das war weird man kann mir keiner erzählen dass der dass die schüsse nicht hätten drauf sein müssen ok zurück ins schneebium oder was ja ja aber ich könnte tp einfach kaputt machen ey die kommen irgendwie nicht ich glaub auch nicht dass die kommen oh moin bin jetzt wieder da push the button boom öh öh ist heil geblieben ey sorry dass ich lebe ey da kaputt was ist denn hier eigentlich passiert das sieht ganz anders aus kann das sein dass die gewiped wurden hier die wurden gewiped oder ah ah ich zeigte gleich einen spot wo du die gekept warte ja aber warum sieht das auf einmal so anders aus hier das sieht anders klar hier standen doch übelst die structures noch rum und so ja die wurden geschorscht die habe ich off stream voll mit 20 so kann das die 4 weg gesprengt alles naja komm hier hoch hier oben über die cave aber hier im eingang ist auch kein turret ja komm mal über die cave ja ich komm aber ich will trotzdem wissen dann stellst du dich hier hin mit der wyvern wo ich bin nein geh auf die wyvern hast du bessere car version so jetzt gehst du in car mode und guckst einfach unter dich ja ich seh den velo also seitlich kannst du nicht noch weiter scrollen mit dem ding ne weiter geht es nicht aber ich sehe hier so ein bisschen oha ok ja warte geh auf den bloodstalker und zoomen voll raus dann hast du besser ja das passt schon ich seh ich schon ganz gut hier das ist doch bei den bloodstalker siehst doch die turrets besser geh mal drauf die haben hier einfach überall so jump pads in ihrer base was ist mit denen denn los ja ja ich weiß nicht was die machen wenn du dich raussetzt und da in car modus dann voll raus scrollt dann warum kann man mit dem denn so weit scrollen holy shit ja weiss nicht weil der halt zum jumpen ist oder so warte mal da wo es runter geht ist die tauchpassage ne ja ist das ekelhaft ja wo die velo stehen und das problem ist die turret wall ist halt zu weit weg sonst hätte man das echt zu viel also hier Dings run können mit rockets mhm das ist halt viel zu viel turrets dafür bricht man tech missile launcher das sind gato fans ich hab jump and run gebaut japp sieht gewiped aus da hast du wohl nix mehr zu holen ja dann können wir glaube ich weiter ne ja ja keine ahnung das ist halt auch aus dem ecke da hab ich keinen bock drauf selbst wenn wir den selbst wenn wir den stuff dafür hätten da hätte ich keinen bock drauf alter können wir los dürfen wir raus ja raus finally äh spawn mal Jitsch 3 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 Alter welcher wichser hm wo bist du gespawnt auf einer spike wall ist verboten asoziales die schwein wollen wir erst map border checken oder wollen wir ja dann lass mal oben oben äh white cliff lass mal dahin wo letztens noch ne letztens keckwee noch ne base war also vor so 20 tagen ahja die ist bestimmt noch da ja die war op also die haben mich gedefft eins gegen sechs oder so insane aber ich müsste mal kurz nebenbei ne nachricht lesen aber ich hab was ist das w- hä 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 ist die noch intakt ja da unten ist ein tech teleporter mit dick turrets ich komm ich komm ich komm warte what da f- warts wir haben turtles wir können den weg machen den teleporter ja da keine ahnung alter was ist das 100 f- 145 oder sowas das seh ich schon ich bin unterwegs rockwell die hässliche sau ey ah du bist schon oben drauf ey der tech gen ist hier drin labern nicht als ob da draußen nicht auch einer wäre hier ist einfach ein tech hier ist auch ein vault hier ist einfach ein tech gen so wat wo bist du drin die türen sind offen ich bin einfach du musst oben drauf und dann musst du ähm einfach rein und hier geht auch ne treppe da oben ist richtig schön ja ich weiß nicht ob ich mit der y1 da landen kann ich geh mal lieber zu fuß hoch aber wegen turrets ne ja deswegen will ich ja zu fuß hoch weil die sau so komisch hier rumfliegt und so dann ist mir zu zu rixki zu bix-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis-bis und was not a single shot die haben hier draußen auch einen tech gen stehen velos schießt hä ja dort hab will er komm jetzt hoch schnell ich hab dem nix getan ja ich komme pass auf wegen den turrets ne dass du vom winkel richtig grabst die sollten mich hier nicht aah aah der velo hat mich gefickt aua man ja du bist im falschen winkel hoch hab ich dir gesagt du hast nicht drauf geachtet jetzt ist dein flack im arsch ja ein bisschen warum ist denn ne flack echt cool als schwarz die war angemalt weiß ich nicht du hast leicht reden mit deinem scheiß stalker da oben was denn jetzt war das jetzt wieder der velo oder was ja man der wichser ok ich bin da warte mal ah geht ist ok weißt du wer die turrets sind lol ich dachte du wärst hier schon drin gewesen oh hier ist ein cryofridge lol oh mein gott guck hier rein guck hier rein in die cryofridge was ach du scheiße wahrscheinlich steht das hier einfach nur so rum was ist das denn schon wieder 270er 2 so giga ist ne unpin-coded volt 208er giga ist da drin komm ran techsuit was 40 raketen was 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 hier liegt sogar einer hier schläft einer warum liegt hier ein techsuit drin hahaha ne hier liegt einer der erbauer level 113 was ist hier ne ist nur gasolina ok hä hast du ein kühlschrank was ist denn hier alter matt bruce komm ran warte mal ich will noch weiter gucken hier junge was ist das da ist ein tropignathos drin level 200 100 junge der zu medloes alter geil hä warte mal das sind magmas ach das ist ein baby scheiße hier ist doch ein giga drin aber das ist auch ein baby ne ja ja sadly das das basi ist da drin das ist ein das ist ein das ist ein x basilot wahrscheinlich auf gerne schorsch das ist ein 200er mana drin ne 3 manas sind da drin was ein baby 2 3 das sind 4 manas das ist noch ein 2 so ein ausgewachsener 270 Der hat 500% mich. Was ist das? Ein Unicorn, was auch drin ist. Der Mana hier doch auch 500%. Ja, wird eingesteckt, ne? Das ist doch lächerlich, Alter. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Vor allem diese räudige PvE-Scheiße, was ist denn das? Junge, wen willst du denn das verkaufen? Glaub dir doch kein Schwein, Alter. Die Longleg wird eingesteckt, die Schuhe werden eingesteckt, 250 Shotgun-Muni wird mitgenommen, Junge. Lampenpfeile, was ist die Flak? Die Flak ist scheiße. Ja, nee, der Helm ist 690. Oh, der Crossbow, Alter. Der ist aber lecker, den gönn ich mir. Hextun wird mitgenommen, Junge. Das ist ne Drohne, Junge. Aufklärer-Fernbedienung. Oh, da ist ein Sattel für den Tropignathos, der wird auch mitgenommen. Da können wir so PvE-Scheiße machen. Oh, warte, hallo, hallo, da hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist das scheiß Vieh hier hin, da drin. Lass mich durch die Gegend düsen. Warte, ist da Gasolid? Ja, ja, hier sind 35 drin in dem Volt. Warte, das reicht. Die Flak ist halt echt bad. Ich hab das beste mitgenommen, meine Flak. Wie kriegen wir den Arsch hier raus? Müssen wir sprengen, warte, ich kann sprengen, es ist ja nur Holzboden. Ich kann auch sprengen. Mach bumm. Uff. Da ist er. Da ist die Sau. Hat nichts, ist okay. Nicht töten, nicht töten, nicht töten. Hat nichts. Oh, Vorsicht, jetzt haben wir eventuell hier einen Breach gemacht. Jetzt machen wir den Teleporter noch weg. Oh, leil, ist das für die Turtles. Ich hab ne Idee. Was ist das denn? Junge, komplett scripted schon wieder. Was da wieder drin war, Alter. Das ist doch wieder lächerlich. Einfach ein Text. Ja, kann man nur leider nicht anziehen, die Scheiße. Ist egal, Alter. Das ist halt wirklich, Mann. Also, zum Glück ist das ein fucking Office-Server. Das ist mindestens ein bisschen für die Credible. Weißt du? Was willst du dazu sagen, ne? Da kannst du nix. Da, da, weißt du. Nee. Geht das, geht man nochmal in den Modus mit dem Viech. Ähm. Rechts. Rechtsklick. Ja, hast du die Tech-Klamotten eingesteckt? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, hab ich. Du hast die Tech-Stiefel vergessen, du Schwein. Hab ich? Mhm. Nee, hab ich auch im Wind. Ich hab auch nochmal Tech-Stiefel. Dann hat er zwei gehabt. Hm, aber die sind kaputt, die ich hier hatte. Insane. Warte, ich mach den Tech-Stiefel eigentlich noch kaputt. Warum? Weiß nicht. Ich weiß nicht, weil ich Spaß da habe. Mutwillige Ver- 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 Verstörung, Junge. Achtung, weg. Nein! Don't! Das schöne... Gwangi-Dislike, wenn du das machst. Du musst nochmal schießen. Warte. Oh man. Oh man. Was ist hier mit unserem... Was ist mit Fox? Der wird mitgenommen. Du, was denken die sich im Trip-Lock eigentlich? Hier so Millionen... Pfff! Alter! On the road again! Au, ich hab selbst getetet. Ich bin wieder unterwegs, Junge. Die Sau, ey. Ich bleib ja trotzdem auf meiner Wife. Hier das Haus. Du hast kaputt gemacht, Junge. Da qualms. Hör auf! Ich mach doch nix. Uff, Junge. Du hast noch eine... Mutlige Zerstörungs... ...Ding. Äh, mein Game ist gecrashed. Ja, zu Recht. Was? Pass auf mich auf, bitte. Das ist doch so Corona... Du bist eingeschlafen. Malik-Manikin-Challenge. Bin ich eingeschlafen? Ja. Dann kann ich wieder rauf. Okay, nice. Du wahl! Was für wahl? Ich bin kein wahl. Nein, gar nicht. Jo, wie viel Shotgun ammo hast du dabei? Ein bisschen. Gib mal was ab. Ich hab 20 Schuss. Ich brauch so viel. Okay, warte. Ich geb ein bisschen was. Hier. Ich brauch so viel. Lass uns... Lass uns gesche... Wow. Nein, du schmeißt jetzt da rein! Oh! Nicht machen! Oh. Das war der Gegend. Wo ist er hin? Der ist weg... Der ist einfach komplett gelöscht worden. Vom Spiel hast du es... Nicht von der Leiche gar nicht. Der wurde einfach gelöscht. Der ist einfach weg. Hat nur Piu gemacht. Ja, das waren ein paar Bullets, ne? Ja, wow. Ich hab hier was gefunden. Hier hat einer eine Lehmhütte gebaut. What the fuck? Mit PIN-Code! Wo ist Lehmhütte? Ja, hier im... Die heißen... The Helpers. Mach die auf. Wo sind die? Also... Ich seh halt nix bei dem... Klaus-Content. Ja. Der Schöne, die wir einfach noch mal hätten mit dem C4 oder was? Nix! Ja, verdient du Schwein. Doch, hier. Blueprints! Hä? Ja, aber scheiß Blueprints. Lass mich hier durch. Wo hab ich jetzt meinen Drachen denn? Ah, da. Doch, der stirbt der Drache. Nein! Doch! Sei nicht so gemein. Bleibt nen Kommentar. Schreibt nen Kommentar. Ja, unter das YouTube-Video bitte. Oh! Oh! Turrets! Mana! Drei Heavis! Oh, dick! Oh, Giga! Okay, wo bist du? Warte, ich hol dich ab. Da steht einfach ein Giga rum. Und ein Mana und so'n Scheiß. Und drei Heavis. Warte. Komm. Dann jetzt bei den Ringen. Ja, ja. Bleib da, bleib da. Das ist in der Nähe. Warte, ich komm nicht. Ich muss hier kurz durch. Also bei dem Roten und bei dem Blauen nicht. Einfach hier diesen Weg lang. Einfach gerade durch. Dann hier gerade durch. Und dann links. Gerade durch. Einfach gerade durch. Zack. Nochmal jetzt hier nach rechts. Dann hier ist Space. Warte. Die sind Gates. Stopp. Nicht da reinspringen. Das ist alles. Giga und so. Warte. Also wir können hier kurz hoch. Hier so. Einfach drüber springen. Und hier kurz chillen in der Ecke. Hier. Und da guck. Da hinten stehen zwei Manas. Und das ist ne Base. Rechts sind Plans. Links. Ja, ja. Guck links. Mhm. Ist du das links? Ja, ja. Ist es. Sind immer nur zwei Turrets, oder? Drei. Oh lol. Oben sind übel Cliff-Plattformen. Warte mal. Hier oben ist nichts. Sind das drei Heavys? Ja, ja. Was ist das für ne Base? Drei Heavys, Alter? Ist ja gar nichts. Wir können ne Turtle von oben drauf droppen. Ich bin jetzt über der Base auf diesem länglichen Kristall, wenn du mich siehst. Wahrscheinlich nicht, aber... Bitches. Du hast so ein schräger länglicher Kristall dahinter für dich. Shading Kristall, ja. Aber ich seh dich nicht. Ne, ne. Nicht da, wo du guckst. Ne anderer. Der ist legit direkt über der Base. Okay. Könnt aber geil werden. Wir haben einfach ein Giga. Maybe haben die auch noch Cryo-Thames. Maybe yoink. Maybe. Oh. Gibt es einfach ein Beehive? Oh, ich glaube ich, ich glaube ich kann die Base komplett linen, ne. Hast du noch C4? Wie viel hast du? Ich hab leider nur zwei. Ja, aber die kann man komplett linen, die Base. Die Manas blocken das einzige Turret, was in die Richtung hier guckt. Ja, dann mach, wenn du willst. Aua. Hast du Focal Chili? Au, 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 au. Äh, hab ich. Aber ich hab halt nur zwei C4. Ich weiß nicht, was für Türen die haben. Ja, warte. Ich hab C4 noch. Ja, dann... Vorsicht. Jetzt hab ich halt Shots kassi... Oh, fuck. Ne, ich glaube ich kann nicht. Meine Duras. Was sagt denn eine Dura? Ja, meine ist full. Ich hab ja grad... Ja, du musst. Ich hab sie, ja. Brauchst du noch? Hier? Ja, passt. Ähm... Ja, ne, ich glaube ich würde da dran verrecken. Ich geh kurz hier in Deckung. Ich hab alles Hälfte Dura und ich hab schon die schlechteren Sachen an. Ah, hinten weg hier. Ja, ja. Und hier müsstest du hochkommen, ja. Ja, ja, hier ist easy. Komplett dran laufen. Au. Warte. Ja. Wenn du einfach nach links läufst, bist du komplett geleint, oder? Sollte dich das Heavy nicht fassen. Nee, der schießt mich von oben. Doch, doch, der schießt von oben. Ja? Ja. Ja, alter, dahinter ist der übelste Freiraum. Guck mal. Hm. Ähm... Ja, oder du rennst an der Base. Wobei steht das... Hinterricht steht ganz auf der Ecke, ne? Äh, ne. Na, musst du vorne dran laufen und sprengen. Nein. Vielleicht, wenn du dich hinter den Enforcer setzt. Uff. Direkt penetriert. Die Schischkröte wandert wieder, Junge. Lol. Die fokussen die einfach weiter? What the fuck? Ja. Ja. Dann war mal ein. Komm mal auf. Nice. Warte. Komm nicht, Jedi nicht. Ich, ich, ich. Ich warte, ich warte. Was ist aus? Leer. Lol. Really? Ja, die ist fast dead, aber die lebt noch. Lol. Oh, rechts wieder eine Schränke, Junge. Oh, Antidote. Da brauche ich nicht. Ich guck mal von links. Geil. Zweimal Fasern. Geil. Zwei Grappings. Schroolz. Oh Gott, das sind so welche. Die haben für jedes Item einen eigenen Schrank. Da sind zwei Erkonditioner gewesen. Pumpern. Das ist heavy. Und noch eine Pum. Oh, 188% zweimal. Das ist gar nicht mal so bad. Ja. Die Erkonditioner noch einen. Chat, Augen zu. Hat keiner gesehen. Ach, die haben noch eine obere Etage. Warte. Wo kommt man denn da hoch? Hä? Hä? Hast du noch einen C4? Äh, ne. Du hast... Doch. Eins hab ich noch. Ja, gib mal bitte. Weil ich brauch drei für den Zierling. Äh, ne. Äh. 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 B-b-b-b-b-b-b. Oha, hier waren übel Forges. Warte. War unten ne Smithy? Oh, hier ist ein Tresor. Nein, der Spin-Full. Ein Natro. Hä? Wo geht's denn hoch? Ich bin oben, lol. Oh, ne Schneeeule und... Ein Reaper? Ein Reaper, lol. 258! Oh, Junge. Warte. Der hat 50.000 Leben, alter. Moin. Ich sag, wie es ist. Fabricator. Oh! Zwei und dreißig C4? Was? Ohohohohohohoh! Ich nehme mal ein bisschen was. Ja, pack' ein, Alter. Das sind nochmal Storvageboxen. Paste, Shosh. Übelpaste. Holy. Na man, eine Feavy, die ja eigentlich scheiße ist. Pakst trotzdem einen. Oha, ne mit. Oh, ne Feavy, die ja eigentlich scheiße ist. Noch eine Feavy? Spakst trotzdem einen. Oh, ne mit. Paar Bolas? Die können ich aber gebrauchen. Oh, Junge. Der Greeper, alter, lächerlich. Vor allem was? Ja, fuck. Haben wir die Smithy kaputt gemacht oder haben wir noch keine gesehen? Ich hab's jetzt nicht drauf geachtet, to be honest. Warte. Ja, Smithy's kaputt. Armer Lumpy, Junge. Smithy's kaputt. Braver, Lumpy. Das ist wieder ein F, Mann. Hier, Smithy, bei mir. Dass wir immer die Dingens kaputt machen, das nervt. Känguru will fressen, Junge, du Schwein. Ja, ich hab's schon gehört. Ich suche hier nur gerade nach dem, äh, nach dem... Nach der Sau, die ich hier weggespielt habe. Was mach ich mir eigentlich so'n Aufwand? Scheiß Wreckage. Einfach das hier, Junge. Damit wird gleich Gemitron mit dem Reaper, Alter. Da kenn ich nix. Wird ausgepackt und dann erst mal rein. Bumm, bumm. Alter, das C4, Junge. Jetzt muss aber nicht hier zu viel C4 so wasten, ne? Warum nicht? Nachwied isst du. Wo ist denn die Sau hin? Da! Den, den ich hier weggeschossen hab. Der hatte nix im Inf. F. Okay, äh, die Thames sind alle auf... Alter, 284er Mara, Alter. Ne, ne, die sind nicht auf neutral. Nur, dass Känguru war. Die sind auf passiv. Aber ob der Giga auf neutral ist, weiß ich nicht. Junge, einfach ein Reaper. Das ist so geil. Ich liebe Reapers. Die geilsten, ey. Hier könnte halt aber richtig gut noch Shit versteckt sein, ne? Ja, ein Pullover oder noch ein Reaper oder so. Hey. War nur ein Test. Hier oben liegt Lucy, lol. Lucy hat den 180er Pump nochmal mit. Geil. Alles. Komm her, du Sau. Ich will dich runter haben hier. Nein. Lass dich in Ruhe, du Schwein. Ich will dich nicht, ich will nicht, dass du die anfasst. Ja, hol mal raus, die Sau. Ich habe einen Timer. Was soll ich denn dir rausholen? Warst du den Reaper? Ja, ja, komm. Ja, hier. Dann kannst du Meteoron für Content. Warte, ich werf dir runter. Da. Ich denke, ich mit der Artholder Volt wieder wegchompen. So aufs Headcake. Ah ja, stimmt. Ist ja noch ein Volt da. Oh, es kann noch geiler werden, Junge. Moin, Leute. Reaper hier. Oh, Thames Yoink ist einfach das Geilste, Mann. Beiß die weg, die Schweine. Das ist gerade noch Choristic. Ja, ja. Ich beiß trotzdem schon mal rein. Warum qualmen? Wieso, Alter? Die stehen zu lang hier rum. Auf der Giga ist nicht auf neutral, Junge. Das ist der Kollege eigentlich. 250. Ja, das sind Safes. So Leute, die sich verpisst haben. Die wurden gewiped und sind abgehauen mit ihrem besten Scheiß. Uff. Mein Ding ist Oberrate und Bloodstalker. Ist was in deinem Laden? Ich würde sagen, ich... Ich glaube, ich whistle einfach den Reaper auf den Giga drauf, ey. Ne, beiß doch mal, du hast eh Zeit. Bis ich auf die Artro drauf kam, weiß nicht. Oh, warte. Right? Oh Gott. Ich sitz drauf, endlich. Das wird so lange dauern, Mann. Wie viel Moveinspeed hat der Reaper? Oder wie viel Imprint? Äh, 64% oder sowas. Boots. Wer nicht 100% auf Reaper hat, ist ein Ehren. Ekelhaftes Schwein. Oh, lol. Der Dingens hat auch Bock gehabt. Äh, der Bloodstalker. Ja, das ist ein Ding, ne? Mach mein Spino weg, bevor der Bloodstalker verreckt. Ja, das ist dead. Der war low. Das sind auch noch die Plans, ne? Hm, die machen aber irgendwie... Ah, jetzt machen sie was. Ja, ich mach die eben aus. Hey! Litten! Ten, 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 ten! Genau das. Ronny. Ich hab auch so den Cryopod gedroppt, aber fuck off. Ja, wenn die so ein krasses Stuff haben in den Schränken, frage ich mich, was die Vault haben. Junge, was ist denn mit der Headshot-Hitbox von dem Wichser? Danke. Öh! Okay. Oh! Warum bin ich hier hochgeklettert? Meinst du, in dem Vault ist noch so über-sickes Zeug drin jetzt? Ich hoffe es. So über-kranker Scheiß soll da drin sein. Weißt du, so... Maybe... I don't know. Aber Cryos werden halt wahrscheinlich nicht drin sein. Allein dadurch, dass die halt ihre besten Thames draußen am stehen lassen, glaube ich. Ja, und Reaper am Kühlschrank. Und... Ja gut, der Reaper, der wird halt vergessen. Kann man den Reaper vergessen? Ich weiß es nicht. Aber man kann. Du Lootgeier. Und... Du siehst nicht. Warte. Er ist! Ahaha! Ja gut, geht, ne? Jaaa! So ein Zähn. Jaaa! Muuuu. Ist doch nicht viel! Du ist nicht so viel. Du is doch nichts drin. Also ich find' das nicht so geil. Ah, ich find's okay. Muuu. Ich finde vor allem die Simon Natura Chest geil. Oh, 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 oh. Junge. Ich lag kurz erstmal eingesteckt. Du räudiger Dieb. Wir können das nicht wegtragen, dein Lanzdruck hat... Wir sind doch Gacha-Crystal, safe sind das Dust-Gachas, oder? Ne, Poly-Gachas, lol, geil. Joink. Nimm die Kristalle mit, das Jübel-Poly. Wir haben keinen Weight. Und die Longneck, oh, das BP ist eigentlich auch richtig nice, ne? Wir haben keinen Weight. Wir sind full, Junge. Keine Ahnung, nimm mit, was du kriegen kannst. Ich kann nix wegdrafen. Ich kann nix wegdrafen. So ein Turret-Emmo wie Sau. Wo ist mein Bloodstalker? Warte, ich hole. Aber der hat doch eh keinen Weg. Oh, leu, fliegt ein Giga rum. Oh, du Fockst, du Schwein. Was hast du gemacht? Wie durch die Gigs. Nichts getan für Artikel 13. Wo ist sein Bag? Hat den jemand von euch gelootet? Fockst, Idiot, Junge. Hör auf. Was macht der da? War das da schon drin? Oder war das in dem Giga, die Waffen in den Fockst? Das hab ich reingelegt. Oh, leu. Ich dachte schon, als ob der da auch noch so einen Scheiß geharvestet hat. Ah, hier ist der Bag. Guck mal in meinen Bloodstalker rein, bitte. Ich kann das nicht tragen. Moment, 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 Moment. Das ist schon wieder ekelhaft. Der hat einen 44-amor-Gigasattel gehabt, der Drecksack. Warum ist der Bag so groß bei dir? Oder guck mir so vor. Weiß ich nicht. Willst du nicht gucken? Ja, in meinem Bloodstalker. Wir kriegen das nicht. Wir müssen das irgendwie aufteilen. Ja, meiner hat halt kaum Shit. Ja, meins auch. Guck doch rein, dein Schwein. Moment, ich guck. So ein bisschen loswerden hier. Alter, was wir an Scheißhaaren. Ist das so krank? Das ist doch ekelhaft. Was machen wir denn damit? Sorry, ich musste raus. Ja, keine Ahnung, was wir damit machen. Ja, im Vault sind auch noch Bullets. Ja, keine Ahnung. Da oben sind wahrscheinlich auch noch Bullets. Obwohl, die waren ja leer. Ja, der eine hat noch Bullets. Ja, keine Ahnung. Fox kann nichts tragen, Junge. Das ist ein anderes Schwein. Ja, meine auch nicht. Stimmt, wir können einfach den Reaper verbuddeln, alles reinpacken und den später wiederholen dann. Ja, wahrscheinlich. Ja, was denn? Nee, der Reaper wird mitgenommen direkt. Ja, ich hab... Er bleibt der... Fürs Team nehmen wir den mit. Also so voll ist mein Bloodstalker, warte mal. Ja, ich hab ja auch fast alles an Truth-Ermute rausgeholt. Kann immer noch nicht moven. Ich kann halt auch nicht vernünftig moven. Was heißt nicht vernünftig? Setz dich drauf. Ja, so heißt nicht vernünftig. Okay, warte, wir müssen halt irgendwie klären. Happy kann weg. Die ist schlecht, die ganz schlecht. Ja, jetzt geht's schon. Ja? Kannst du schon springen? Ja, ja, guck. Hupf. Okay, warte, ich hab noch ein Problem. Ich muss noch irgendwas troppeln. Wir haben drei Kettensägen zu Hause. Ich troppne... Okay, jetzt kann ich auch. Nice. Easy. Ab nach Hause. Was ist mit den Cliff-Plattformen da oben noch? War da was? Ich glaub, da war nix. Warte mal. Außer hier ist irgendwas hier oben. Reaper oder so verbuddelt. Noch ein zweiter. Da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Oh, nee. Don't. Oh, no, 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 no. Oh. Tech-Boots. Lul. Äh, wo? Da. Äh. Da. Oh, der. Ach, nee. Das sind... Ah, fuck. Das sind Stiefel. Das sind Wüstenstiefel. Lul. Aber ich hab noch eine geile Flak bekommen. Die sahen ein bisschen so aus. Korrekt. Danke, dass du das nochmal... Schreibt auf Toflon. Why you raid me? Die haben jetzt gerade eingechattet. Das sind die. Afkar-Player you raid. Thank you for Reaper. Was hat der gerade geschrieben? Lul. What the fuck? Als ob der online war. Wie lost. Und ein anderer schreibt einfach nur Again, Lucy. Hahaha. Juhu. Imagine. Der ist gerade on gekommen. Der ist eben gerade on gekommen. Oh, Mann, ey. Der war 5 Minuten zum Spiel. Sonst hätte er da komplett mit Mana und Giga komplett rumschoschen können. Die ganze Zeit. Die Forge brennt immer noch. Vor allem der Typ. Again, Lucy. Er ist so voll der... Der Server-Idiot. Jeder kennt ihn. Er wurde schon so 10 Mal gewiped, Junge. Imagine. Da wird erst mal komplett reingechattet. Oh, Mann, ey. Ah, ah, ah. Ei, ei, ei. So ist halt. So, ja. Das war durchaus erfolgreich. Video ist vorbei. Lasst einen Like da. Bis dann. Tschüss.